Oh la la, Jasmine Grace Grimaldi weiß einfach, wie sie die New Yorker High Society zum Spitzen bringt. Zu einer Show im Rahmen der Fashion Week erscheint die 27-Jährige in einem sexy Einteiler, der ganz schön gefährlich ist. Denn wir können nur erahnen, was passiert, wenn dieser Reißverschluss aufgeht. Die schöne Tochter von Fürst Albert von Monaco posiert an der Seite ihres Freundes Ian Mellencamp am Rande der Show für die Fotografen. Ihre Haare hat sie aufwendig nach oben gesteckt. Zu ihrem rockigen Outfit kombiniert sie passende schwarze Kreolen und einen silberglänzenden Rucksack. Cooler geht's nicht, heißer aber schon. Denn nur kurz darauf zeigt sich Jasmine Grace in einem Kleid, das kürzer nicht sein dürfte. Der Drog endet meilenweit über dem Knie. Dazu kombiniert sie eine coole Lederjacke. Doch dass sie auch ganz anders kann, beweist Jasmine Grace wenige Stunden zuvor. Auf einer anderen Fashion Show präsentiert sich die Schauspielerin in einem Outfit, das gegensätzlicher kaum sein könnte. Das farbenfrohe Blümchenkleid versprüht fröhliche Spätsommerlaune. Ihre Haare hat sie zu einer romantischen Frisur nach oben gesteckt. Ob mädchenhaft oder cool, die Tochter von Albert kann einfach alles tragen. Eigentlich sollte es auf der Fashion Week ja um die Mode auf den Laufstegen gehen. Doch Jasmine Grace Grimaldi ist unser heimlicher Star in New York.